Die Rosenau bietet Wohnen mit Service an für Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarf. Das Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität und die eigenständige Lebensführung. Bewohnende erhalten professionelle Unterstützung von Fachpersonen aus Pflege und Hotellerie in jenen Lebensbereichen, in denen es gewünscht und benötigt wird. Die Aufenthaltsdauer ist unbeschränkt. Eine Tages- oder Halbtagesstruktur wird nicht vorausgesetzt. Das Haupthaus liegt mitten im Dorfzentrum von Eck, ganz in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten und Feuchtbahnstationen und dank der Parkanlage trotzdem ganz im Grünen. Zürich und Uster sind mit dem ÖV in etwa 30 Minuten erreichbar. Es wird großer Wert auf persönliche Freiheit und Individualität gelegt. Die Zusammenarbeit mit den Bewohnenden findet auf Augenhöhe statt und basiert auf gegenseitigem Vertrauen, der Wertschätzung und der Freiwilligkeit. Im Vordergrund stehen dabei mehr die Möglichkeiten als die Einschränkungen. Die Rosenau bietet ein niederschwelliges Wohnangebot an, ohne viele Verpflichtungen. Das Basisangebot ist ein Wohnen mit einem Grundangebot an hauswirtschaftlichen und gesundheitlichen Dienstleistungen. Aufbauend bietet sie zu grundlegenden Lebensfeldern ein individuell abgestimmtes Dienstleistungspaket an. Dies mit der Zielsetzung Kompetenzen wiederzuerlangen, zu erhalten oder den Unterstützungsbedarf zu delegieren. Die Absicht bleibt stets dieselbe, die Lebensqualität nachhaltig zu erhalten oder zu verbessern. Rosenau – ins Leben aufblühen